Teilprothesen, häufig auch als Schlittenprothesen im Bereich des Kniegelenkes bezeichnet, sind Prothesen, die man einsetzen kann, wenn nur ein Teil des Kniegelenkes von der Arthrose betroffen ist. Man kann dann die übrigen Teile des Kniegelenkes natürlich belassen und implantiert eben dann diese sogenannte Teil- oder auch Schlittenprothese, was dazu führt, dass der Patient häufig dann eine etwas bessere Gelenkfunktion hat und sein Knie auch etwas natürlicher empfindet als beim Einbau einer Vollprothese.